Jetzt hat Elon Musk wirklich mal komplett mit der EU abgerechnet. Er hat auf seinem Profil einen Tweet gepostet, der wirklich eine klare Anspielung eigentlich auf die EU ist. Wir werden das Ganze anschauen. Er hat geschrieben, Zitat, Propaganda ist nicht nur darum, es geht nicht nur darum, Fake News zu kreieren, Fake News zu erstellen. Nein, es geht auch darum, bestimmte echte Neuigkeiten nicht zu veröffentlichen, echte News zu verstecken. Also das hat er so ganz klar gesagt, eine Anspielung darauf, dass einfach die wirklich reellen Sachen, zum Beispiel diese riesige Zensur, die ihm angeboten wurde, all das wird nicht benannt. Es werden nicht nur Fake News gemacht, es werden auch die echten Neuigkeiten einfach zensiert oder nicht verbreitet.